Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Boeing und die Auslieferungszahlen, Tupperware hat Liquiditätssorgen, die Gebrauchtwagenpreise von Tesla in den USA sind zusammengebrochen, Alphabet muss in Südkorea eine Strafe zahlen, Rumänien kauft Jets von Lockheed Martin und zu guter Letzt geht es um Bernstein, die haben das Kursziel von Intel angehoben. Fangen wir direkt an mit Boeing. Und ohne jetzt ganz groß drum rum zu reden, ich versuche es kurz zu halten, es ist so, dass Boeing noch immer ziemlich leidet und zwar unter Problemen mit wichtigen Flugzeugtypen, unter anderem gibt es ja das eine 787 Modell. Trotzdem sind sie etwas besser gewesen im Q1, was die Auslieferung angeht, als Airbus. Airbus hat ja 127 Maschinen ausgeliefert, da hatten wir gestern drüber gesprochen, Boeing hat tatsächlich 130 Maschinen ausgeliefert. Was die Aufträge angeht, ist Airbus noch immer weit vorne, anders gesagt, Airbus holte auch mal wieder mehr Aufträge rein als Boeing im Q1. Damit kommen wir jetzt auch zu Tupperware, die sind gestern richtig zusammengebrochen an der Börse. Es ist so, dass Tupperware wieder warnen musste und zwar gab es eine Warnung für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs angesichts von Liquiditätsengpässen und dass dieser Geschäftsbetrieb halt eben ungewiss sei. Diese Warnung müssen US-Firmen absetzen, wenn in den kommenden 12 Monaten nach eigener Einschätzung ein größeres Risiko der Zahlungsunfähigkeit besteht. Man hat im Übrigen selber gesagt, dass man Berater angeheuert hat und auch Gespräche mit potenziellen Investoren begonnen hat, um einfach schlichtweg das Geld aufzutreiben, damit einem das Geld einfach nicht ausgeht und man halt eben nicht zahlungsunfähig wird. Das Unternehmen tut alles in seiner Machtstähne, hat der Chef versprochen. Man hat sehr viele Probleme, unter anderem hohe Schulden, es gibt rote Zahlen, die schwinden Erlöse, aber natürlich auch so ein paar hausgemachte Probleme, unter anderem hatte man es letztens verpasst, den Jahresbericht pünktlich vorzulegen. Damit kommen wir jetzt mal zu Tesla, beziehungsweise eher gesagt zu den Gebrauchtwagenpreisen in den USA von Tesla. Im Jahr 2022 erreichten die Preise für gebrauchte Tesla-Modelle einen absoluten Rekordwert in den USA. Zwischenzeitlich haben zum Teil einige Modelle wirklich mehr gebraucht gekostet als noch neu. Mittlerweile sind die Preise im Schnitt um 21,5% zurückgegangen. Durchschnittlich kostet ein gebrauchter Model 3 ungefähr 41.330 US-Dollar im Februar 2023. Das ist halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, um einiges weniger als noch im Jahr 2022. Mit dem Ende der Pandemie und einer Verbesserung der Lieferketten fallen die Neuwagenpreise. Dadurch würden automatisch auch die Gebrauchtwagenpreise sinken, kam von IC Cars Analyst Karl Brauer. Das Ganze wird deswegen vor allen Dingen erwähnt, weil es bei Tesla extrem ist. Im Februar lagen die Preise 4,7% unter dem von September letzten Jahres, 8,7% unter dem Preisniveau vom Vorjahreszeitraum, also unter dem Februar 2022. Bei Tesla ist es halt im Schnitt rund 21,5% weniger als noch im September. Aber anders gesagt, im Gegensatz zu anderen Konkurrenten schneiden sie, was das angeht, schlecht ab, was natürlich eigentlich sehr positiv ist, gerade für die Käufer. Die Gebrauchtwagen könnten aber auch noch günstiger werden, denn es ist so, dass die Fahrzeuge auch immer mal wieder Rabatte bekommen haben und dadurch könnten halt eben auch, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, laut dem Analysten die Preise weiter fallen, weil halt eben auch die Neuwagenpreise gefallen sind. Bleiben wir mal bei einem US-amerikanischen Unternehmen, gehen allerdings ein bisschen nach Südkorea. Google bzw. Alphabet bekommt eine weitere Strafe in Südkorea von der Kartellbehörde. Insgesamt hat die Strafe ein Volumen von 42,1 Milliarden Won, das sind rund 29,2 Millionen Euro. Man hat Alphabet also der Google-Tochter vorgeworfen, die Marktdominanz ausgenutzt zu haben, um den Vertrieb von Computerspielen auf den konkurrierenden Plattformen in Südkorea zu verhindern. Kommen wir mal nach Europa, zumindest wenn es ums Land geht. Wir sprechen natürlich aber eigentlich um oder eher gesagt über Lockheed Martin, denn Lockheed Martin wird wohl mehrere Jets an Rumänien verkaufen können. Es geht dabei um F-35 Kampfjets. Um wie viele es jetzt ganz genau geht, weiß man zumindest zum Stand jetzt noch nicht. Allerdings ist es so, dass der Verteidigungsrat ausgewählt hat, dass es halt den F-35 Jet geben wird, dass der gekauft wird und auch, dass die neueste Version im Übrigen gekauft wird. Wie gesagt, wie viele wissen wir bisher zumindest noch nicht, ist noch nicht öffentlich geworden. Lockheed Martin konnte dadurch auch wieder profitieren. Die sind natürlich seit Februar, März im Jahr 2022 eh ziemlich stark angestiegen. Jeder weiß, warum brauche ich jetzt nicht nochmal groß erklären. Und die profitieren natürlich gerade extrem auch von dieser Situation, auch jetzt eben durch diese Bestellung. Damit kommen wir zur letzten Nachricht und zwar Intel bzw. auch Bernstein. Denn ein Analyst von Bernstein hat sich jetzt mal etwas ausgedehnter zu Intel geäußert. Die Lage bei Intel ist immer noch hässlich, allerdings gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, um das mal ganz, ganz kurz zu halten. Es ist so, dass das Rating von Underperform auf Marktperform hochgestuft wurde, also letztendlich von Verkaufsempfehlung auf Halten. Das Kursziel wurde von 20 auf 30 US-Dollar angehoben. Die schlechten Nachrichten, die es jetzt immer wieder gab, wurden an der Börse langsam verarbeitet. Das Unternehmen wurde in die Mangel genommen, aber die Aktie sinkt auch nicht länger aufgrund dieser schlechten Nachrichten. Und das wiederum deutet darauf hin, dass die Investoren eher dazu bereit sind, sich zu engagieren und zu dem Schluss zu kommen, dass es nach Jahren des Drucks wahrscheinlich nicht noch schlimmer wird. Der Analyst hat ebenfalls noch gesagt, dass nach einer sehr, sehr schwierigen Phase und einer sehr schwierigen Zeit die mittelfristigen Aussichten etwas besser sind, bzw. dass sich dort halt eben, wie gesagt, auch ein Licht am Ende des Tunnels befindet. Und da ist der Markt bisher zumindest noch nicht angemessen drauf eingegangen. Und dementsprechend halt auch eben diese neue Empfehlung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Freut uns auf jeden Fall oder würde uns freuen. Auch gerne natürlich, wenn ihr einen Podcast bewertet, das würde uns ebenfalls freuen und natürlich auch helfen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und auch Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.